Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Z-Lion King Mod in Minecraft. Und ja, wegen Scar könnt ihr immer noch abstimmen in der Beschreibung. Nämlich genau noch die nächsten, jetzt muss ich überlegen, wie viele mache ich das noch? Zwei Folgen sind es bis jetzt. Ach verdammt, mache ich noch bis Mittwoch. Also bis Mittwoch, bis zur, jetzt muss ich wieder überlegen, bis zur 13. Folge. Könnt ihr in den Kommentaren abstimmen, was ich machen soll. Ob ich Scar suchen soll, ob ich ihn spawnen soll, oder ob ich ihn, also suchen eben Offscreen oder Onscreen. Oder eben, ob ich ihn spawnen soll. Denn das kann ganz schön lange dauern, denn der Umkreis von 80 Blöcken in jede Richtung und auf einer Höhe von 20 bis 30 Blöcken ist relativ hoch. Und was noch dazu kommt, er könnte in der Wand gespawnt sein, das wir ihn gar nicht finden. Aber das hat ja gar nichts mit dieser Folge zu tun. In dieser Folge wollte ich mich mal unserem kleinen Häuschen widmen, das weiterzubauen. Und, ja, dann machen wir das doch mal. Ich überlege gerade, wie wir das machen. Wir haben ein paar Sachen im Inventar. Da legen wir aber zum Beispiel mal die Pride, ne, nicht die Pride Stone, oh, Mann, den Rafiki-Stick weg. Und was mir vorhin mal aufgefallen ist, das geht glaube ich, ne? Ja, daraus kann man Seeds machen. Wie kann man die eigentlich anpflanzen, auf Sand? Ne. Gras? Nö. So kann man die anpflanzen. Haben wir Knochen, kann man daraus eigentlich Knochenmehl machen? Ne. Hätte mich jetzt auch gewundert, also da warten wir... Ah, warte, ah, jetzt haben wir Rafiki-Stick weggepackt. Das könnte vielleicht klappen. Wo ist er denn? Da. Da müssen wir so... Ey, das geht sogar. Ist ja cool. Mal schauen, was daraus wächst. Und wenn daraus was wächst. Keine Ahnung. Ist mir so gerade, weil ich ein bisschen rumprobiert habe auf einer Testwelt, ist mir aufgefallen, dass es Seeds davon in Too Many Atems gibt. Und ja. Achso, ich kann gar nicht mehr sprinten. Habe ich noch was zu essen? Ja. Wofür ich mich entschuldigen wollte, nämlich Part 6 bis ungefähr die Hälfte von 8 war ich sehr übersteuert. Es lag eins daran, dass ich sau in der Höhle angespannt war, weil wir um jede Ecke hätten sterben können, sag ich mal. Und zum anderen, dass dieses verfickte Programm Skype mein Mikrofon wieder hochgeschaltet hat auf einem Pegel von 100%. Und ich dehne sonst normaler... Äh, boah, das Ding braucht Wasser, okay. Und mein Pegel sonst so bei 20 bis 30% ist und deswegen war das etwas zu laut. Und ich hoffe, das ist in Ordnung und ja. Alter, habe ich mich erschreckt. Man kann ja auf das Ding nicht draufspringen. Man kann ja durchlaufen, ganz normal. Da habe ich mich irgendwie erschreckt. Aber ja, egal. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das hier machen. Wir könnten uns mal ein bisschen Sand holen. Wir haben noch nie eine Schaufel gemacht in diesem Let's Play. Ein Sand haben wir gemacht, nämlich aus Stein. Was voll die Verschwendung ist, aber egal. Wir machen uns jetzt mal eine Silberschaufel. Und gehen dann mal kurz ein bisschen Sand farmen. So. Okay, ich hätte... Ja, egal. Ich hätte mir auch eine Dingens machen können. Eine... Ich sage immer Dingens, wenn es mir gerade nicht einfällt. Ich hätte mir auch eine Pride-Stone-Schaufel machen können. Würde auf selber herauskommen. Aber egal. So, ein bisschen Sand sammeln. Ein bisschen Glas brennen, damit wir davon wenigstens haben. Ich hoffe, das geht. Ich weiß das gar nicht. Sollte rein, theoretisch. Das ist ja ganz normaler Sand. Wir gehen hier einfach mal den Sandstückchen abfarmen. Und dann können wir unser Häuschen weiterbauen. Dafür wollte ich eigentlich noch mal ein paar mehr Trinken... Hups. Ein paar mehr Materialien holen, wollte ich sagen. Und da kommt sowas raus. Ja, das ist ganz normal bei mir. Ja, ähm... Ein bisschen anderes Holz. Oder generell mal Holz. Weil irgendwie... Bis jetzt stehen nur die Eckposten aus Holz. Sonst ist es Stein. Und ja. Deswegen schauen wir mal. Aber jetzt hier erstmal ein bisschen Sand. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt... Ja, locker. Das reicht on mass. Mit 79. Da haben wir noch einen 80. Da passt. 80 Glas brauchen wir nie im Leben. Aber egal. Wir haben es. Das muss so. Ein Baum, der etwas größer ist. Ich kenne die nur relativ klein. So wie den da oder so. Aber so groß. Okay, die gibt es hier überall. Also irgendwie habe ich die übersehen. Das muss so. Steht auch so ein großer. Irgendwie habe ich es wirklich ein bisschen verpeilt. Da. Da tun wir jetzt mal unseren Sand rein. Damit wir gleich Glas haben. Und überlegen uns, wie wir das schon mal machen. Ich würde sagen, die können wir auch schräg hinsetzen. Dann gehen wir hier mal so hin. Verbinden das da so. Oder? Wie machen wir das? Ich bin in den Häuserbau nie wirklich gut. Das ist das Problem. Na, machen wir das erst mal so. So. Und hier hinten dann auch noch. Wow, Alter. Da geht es runter. Da tue ich mal Erde hin. Sollte ja nach und nach auch noch zu. Ach, verdammt. Zu Gras werden. Das ist Rainforest Wood. Aber wir haben sogar schon anderes Holz geholt. Hehe. Ja. Habe ich nicht dran gedacht. Haben wir denn noch Acacia Wood? Nein. Ach, wir haben sogar nur die Kiste. Okay. Dann nehmen wir nochmal unsere Axt und formen die hier ab. So. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen was. Das ist schon mal praktisch dann. Und die hier nachwachsen zu lassen, sollte kein Problem sein. Durch den Rafiki Stick, mit dem er Bäume wachsen lassen kann. Das, was voll cool ist und so. So. Ich frage mich gerade. Ach so. Ich habe gerade gewundert. Hatten wir nicht hier am Wasser noch irgendwas angepflanzt? Ach, da kann man ja nicht rüber springen. Ich bin der Meinung auf jeden Fall, ja. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, hier hatten wir was angepflanzt. Ach, das sind die. Jetzt wird es mir in den Namen entfallen. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir setzen hier mal unser Dingens hin. Und, hey, das Dingens. Ich sage auch viel zu oft Dingens. Habe ich einen Rafiki Stick nicht dabei. Mache ich das nächste Mal, wenn ich wieder hier bin. Wenn ich da mal wieder hingehe. Und wie viel Holz haben wir denn? 18. Haben wir den Baum jetzt komplett schon abgefarmt oder haben wir es gelassen? Ja, der ist komplett weg. Okay. Die restlichen Blätter können ruhig decayen. Das ist sogar besser. Verbrauche ich kein Werkzeug, wenn ich sie abbaue. Ich glaube aber, dass... Doch, das reicht. Das reicht sogar. Ist ja cool. Das reicht. So. Aber wie mache ich das jetzt genau? Das ist hier die große Frage. Ich baue mal Häuser. Die sind von außen relativ schick. Aber mit Innereinrichtungen habe ich nichts am Hut. Aber wirklich gar nichts. Ich wollte das Haus so ein bisschen mittelalterlich auch bauen. Ja, hört sich jetzt komisch an mit gelbem Stein und so. Aber was anderes gibt es hier eben nicht. Und deswegen wollte ich es einfach mal versuchen, ob ich das Mittelalter nicht hinbekomme. Wir haben ja noch die Säulen. Kann man damit irgendwas machen? Was man damit machen könnte, sollte doch so sein, oder? So. Ey, das hatte ich schon mal ausprobiert. Da war ja was. Das ging nicht. Das ist da kurz wieder hin. So. Aber was man mit diesen Säulen, denke ich, mal gut machen kann, ist, wenn wir das da mal so hinsetzen und da irgendwie hochkommen würden. Natürlich wieder mal perfekt funktioniert. Scheiße. Unser Haus ist eins zu kurz. Also, unser Haus ist eins zu kurz. Also machen wir es eins länger. So, das da weg. Und dann brauche ich meine Axt wieder, die ich da habe. Also, ich finde es jetzt eins zu kurz, denn dann kommt es nicht ganz mit der Ecke hin. Aber das können wir ja nochmal kurz weg machen und nochmal neu hinbauen. Dafür ist Minecraft ja da. Weg, weg, weg. Hier auch nochmal weg. Und die Blöcke hier jetzt auch nochmal kurz weg. Na komm, weg, weg, weg. Weiß den Scheiß, das geht ja gar nicht hier so. Ähm, da kann man auch Block hin. Dann hier nach oben. Naja, ich hoffe, so zu sprechen. Weiß gar nicht, ob das jetzt... Egal. Also, Block, 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 Block. Dick, Dick, hau ab. Dick, Dick. Hört sich an wie Dickdree. Und Dickdree ist ein Pokémon, wer es nicht weiß. Aber wer das nicht weiß, der ist... Da zu sagen, hau ab, du Dickdick. So. Ähm, bop, 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 bop. So. Jetzt sollte es von der Länge her passen. Ja, genau. Äh, wenn ich weiß, was ich machen will. Es gibt ja... Also, ältere Fachwerkhäuser nenne ich sie einfach mal. Die haben immer so Überhänge. Die versuche ich hiermit mal zu machen. Aber ob das so gut wird, weiß ich jetzt nicht. Ich werde es gleich sehen auf jeden Fall. Wenn ich dann weiterbaue vernünftig. So, 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 so. Der ist falsch. Dahin, dahin und dahin hin. Hier hinten passt das wieder nicht ganz. Das ist auch das Problem, dass unser Haus sozusagen eins zu breit ist, aber... Oder eins zu dünn. Eins von beiden kann man sich aussuchen. Ich lasse es jetzt einfach mal so. So, da, da. Jetzt sollen wir nur mal schauen. Mitte müssen nämlich zwei Stück. Das sieht, wie ich finde, nicht wirklich gut aus. Ähm, deswegen würde ich sagen, machen wir das anders. Nämlich, ähm, wir setzen... Wie machen wir das? Das ist eine gute Frage hier. Ähm, keine Ahnung. Überlegen wir uns später. Wir gehen erstmal auf unser Dach drauf mit Sand. Den haben wir nämlich gerade. Ist unser Sand schon fertig gebrannt? Ist die nächstgrößte Frage hier. 32, ne, 33 Glas sogar schon. Ach, da tun wir das da rein und dann bauen wir uns damit... Ähm, was bauen wir uns hoch mit Stone? Der ist leicht abzubauen. Und dann bauen wir uns hier einfach mal hoch. Eins, zwei, drei. Das reicht schon. Scheiße. Gerade aufs Dach. Oh, verbaut. Na toll. Äh, was ich jetzt hier mache, ich verbinde die einfach so übereinander erstmal. Also, ich... Ich finde es scheiße, irgendwas zu bauen und dann zu kommentieren. Also, ich baue hier einfach und hier schaue zu. Ja, toll. Ähm, ja, wie gesagt, ich versuche so einen Überhang zu bauen, wie bei alten, älteren Fachwerkhäusern. Da war das obere Geschoss ja immer auch weiter draußen als das untere. Äh, ich weiß sogar mal warum. Sonst immer baue ich irgendwas und ich weiß nie, warum das so ist. Aber da ist es eben, da wurde ja mal die Scheiße auf die Straße gekippt und alles. Und da war es dann eben der Überhang, dass man es wirklich auf die Straße gekippt hat und nicht auf Leute, die drunter durchgelaufen sind. Was sicherlich auch lustig wäre, aber das haben sie dann doch gelassen. Ähm. Ah, da ist mein Crafting Table. Ich brauche eh noch Säulen, fällt mir gerade auf. Ja, ich habe noch die dünnen Säulen, aber die bringen hier oben auch gerade eher wenig. Also gehen wir hier mal wieder runter. Ja, ob das gut aussehen wird, werden wir später sehen. Ich weiß es nicht. Bis jetzt finde ich, es sieht komisch aus, aber nicht toll, sag ich mal. Aber wir machen jetzt hier erstmal nochmal so, so, so. 21 Säulen, ja, sollte reichen. Da kommt noch eine dran. An jeder, der die vier Ecken kommt eben noch eine. Dass das, wie gesagt, so ein Stück runterhängt, überhängt, wie man es nennen will. Und ich habe, ah, verdammt, ich vergesse mal auf die Uhr zu gucken oder ich vergesse, eher gesagt, es mir zu merken. Aber ich überlege, ja, okay, noch zwei Minuten. Dann sollte diese Folge leider schon wieder zu Ende sein. Ähm, die Nacht kommt gerade. Also bis jetzt sieht es so aus. Viel weiter, sag ich mal, sind wir jetzt nicht gekommen. Ich gehe jetzt nochmal kurz hoch. Naja, nicht damit. Nochmal mit dem Stone. Mach das nochmal ganz kurz in dieser Folge. Nämlich, dass ich das hier irgendwie versuche hinzubekommen, dass das einigermaßen aussieht. Weil große Fenster gab es eben früher nicht. Das ist gerade sozusagen mein Problem. Ähm, nur wie mache ich das hier? Ja, wenn ich überlege, renne ich meistens über meine Gebäude. Das Problem ist, wenn ich das mit Survival mache und dann irgendwo runterfalle, bin ich meistens tot oder tue mir sauweh und bin sauverletzt. Das hört sich komisch an. Das hat eben diese Geräusche gemacht. Ich denke mal, ihr habt es nicht gehört, weil es relativ leise war, aber ich habe mich erschreckt. Hm. Ähm. Wah, ba, 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 ba. Äh, ich gehe mal, äh, da noch eins hoch. Da, da. Ich werde jetzt erstmal irgendwie die Front ein bisschen hinbekommen. Hier kommt dann ein spitzes Dach. Also, wie sagen wir, hä, nicht spitz. Auf jeden Fall ein stinknormales Hausdach eigentlich kommt dann da drauf. Kein jetzt irgendwie speziell abgerundet oder sowas. Wir legen uns aber schlafen. Ganz einfach. Nehmen vorher das Glas nochmal hier raus. Warten auf das letzte Dings. Bock. Gehen schlafen. Zack. Damit wir nicht... Achso, Damage Indicators Mod. Das ist eine neue Version. Und Optifine ist eine neue Version. Irgendwie sieht das gerade aus wie so ein McDonalds. Ist so. Muss so. Darf so. Jetzt nochmal ganz kurz was. Was habe ich noch? Guckt. Reno. Da laufen so viele Dickdicks rum. Warum auch immer. Ähm. Mango haben wir noch. Jetzt sind wir noch mit Mango. So. Das war es dann auch schon wieder. Leider mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schreibt in die Kommentare, was ich mit Ska machen soll. Bis dann Leute. Ciao. Ciao.